Ich komme. Ich bin Fabi von Norburg, ich arbeite bei Watson, bin ziemlich betrunken. Und ich beklage mich heute darüber, dass ich nicht tanze und das Gesellschaft von mir will, dass ich es gleich tue. Ich habe erstens kein Taktgefühl und zweitens bin ich ein kompletter Bewegungslegastheniker, wie man mir sagt. Zum Beispiel hüpfen wie Heidi über die Wiese kann ich überhaupt nicht. Scheinbar kann das jeder von der Schweiz sein, aber ich nicht. Darum stehe ich an der Bar und nenne meinen Kopf zu der Musik, hoffentlich im Takt. Auf jeden Fall gibt es zwei Typen von Menschen, die mich nerven. Der erste Typ sind die, die sagen, Fabio, du kannst sicher mega toll tanzen. Belocken bewegt dich einfach. Nein, ich kann das nicht. Der zweite Typ ist noch viel schlimmer. Der sagt, ich kann auch nicht tanzen. Es ist wie Emily. Emily, du bist scheisse. Du sagst, du kannst nicht tanzen, aber du kannst tanzen. Wahrscheinlich gibt es neben mir in der Schweiz höchstens 112 andere Personen, die auch nicht tanzen können. Das Schlimmste war er während der Schulzeit. Erstens hat er eigentlich die Spanischlehrer versucht, uns Salsa beizubringen. Mit irgendeiner Schulkameradin, die man vielleicht sogar noch hübsch gefunden hat, musste tanzen. Für jede andere wäre das vielleicht toll. Aber für mich? Das ist einfach nur ein Desaster. Aber noch schlimmer war der Turnunterricht. Und zuerst brauche ich noch einen Schluck Wein. Der Turnunterricht, jetzt in mir stecken Blut. Ähm, der Turnunterricht. Bei uns musste man Breakdance im Turnunterricht. Es war ohne Scheisse der peinlichste Moment in meinem Leben. Aber es kommt noch schlimmer. Denn das Ganze wurde vom Turnlehrer aufgenommen. Und das Video gab er auch noch in einem Schulkolleg. Einmal im Monat gehe ich auf YouTube und suche, ob es es gibt. Einmal im Monat ist es vielleicht leicht übertrieben. Die Gesellschaft sagt, man soll tanzen können. Ich finde, Tanzen gehört nicht zum Leben. Tanzen ist eine Erfindung. Irgendwie von Musicals. Es ist eine solche Pflicht, dass man einen Heurortstanz macht. Nein! Sorry Schatz, wir tun nicht tanzen. Nein, wir heiraten gar nicht erst. Wir müssen tanzen. Und das meine ich sogar ernst. Tanzen ist doof. Leute, wenn ihr auch nicht das Gefühl habt, ihr könnt tanzen, ihr könnt immer noch besser tanzen als ich. Schulte, Ruhe. Und so.